Hallo und herzlich willkommen, Freunde des außergewöhnlichen Films. Wir haben in den Archiven der Black Art Studios gekramt und wir konnten einige 16mm Filmaufnahmen aus längst vergangener Zeit finden. In mühevoller Kleinstarbeit haben wir einige dieser Filme restauriert und wir freuen uns ganz besonders, euch diese Filme präsentieren zu können. Drum, dranbleiben lohnt sich. Bis bald. Drum, dranbleiben.